In quadratischen Gleichungen kommt die unbekannte x zur zweiten Potenz vor, also als x². Die grafische Darstellung einer quadratischen Gleichung führt zu einer Parabel. Auch viele phytokalische Phänomene folgen einer quadratischen Gleichung, die man an dieser Wurfparabel sehen kann. Kenngrößen einer Parabel sind der Scheitelpunkt de und die Nullstellen x1 und x2. Während jede Parabel einen Scheitelpunkt hat, gibt es bei den Nullstellen die Möglichkeit einer, zwei oder keiner Nullstellen. Es gibt drei grundlegende Möglichkeiten, quadratische Gleichungen darzustellen. Wir haben eine Form, in der der Scheitelpunkt de vorkommt, die Scheitelform. Wir haben eine Normalform y gleich ax²3 plus bx plus c und wir haben eine Form, in der die Nullstellen vorkommen. y gleich a mal x minus x1 mal x minus x2 Alle drei Formen sind gleichberechtigt und selbstverständlich können wir eine in die andere Form umwandeln. Diese blaue Parabel hat den Scheitelpunkt 5 minus 9 und die beiden Nullstellen 2 und 8. Die Scheitelform der Parabel würde also lauten y gleich x minus 5 zum Quadrat minus 9. Die Form mit den Nullstellen würde lauten y gleich x minus 2 mal x minus 8. Und die Normalform würde lauten y gleich x² minus 10x plus 16. In der klassischen Normalform haben wir drei Summanden auf der rechten Seite. Der Faktor vor dem x² ist typischerweise eine 1. Den Faktor vor dem x nennen wir p und den Faktor ohne x nennen wir q . Aus den Faktoren p und q können wir eine sogenannte Diskriminante ausrechnen. Wenn diese Diskriminante größer ist als 0, haben wir zwei Nullstellen der Parabel. Wenn die Diskriminante gleich 0 ist, haben wir nur eine Nullstelle. Und bei d kleiner 0 haben wir keine Nullstellen. Wie können wir die Nullstellen einer quadratischen Funktion ermitteln? Wir formulieren unsere Gleichung um. x² gleich 10x minus 16 Grafisch gesehen haben wir auf der linken Seite jetzt eine Parabel. blau gezeichnet und auf der rechten Seite eine Gerade. Die Lösung dieser Gleichung entspricht den Schnittpunkten dieser beiden Graphen. In unserem Beispiel bei x gleich 2 und x gleich 8. Man kann die Nullstellen sehr wahrscheinlich auch rechnerisch ermitteln. Dazu verwenden wir die Methode der quadratischen Ergänzungen. Wir formulieren unsere Gleichung um. Wir wollen aus der linken Seite jetzt eine binomische Formel erhalten. Das heißt, a muss identisch sein mit x. Das heißt, b ist offensichtlich gleich p½. Wenn wir auf der linken Seite jetzt p½² ergänzen, haben wir eine binomische Formel. Sehr wahrscheinlich müssen wir p½² auch auf der rechten Seite ergänzen. Die binomische Formel a² plus 2ab plus b² wandeln wir um in a plus b², also x plus p½². Wir ziehen auf beiden Seiten die Wurzel. Auf der linken Seite steht dann x plus p½. Auf der rechten Seite kann entweder plus Wurzel p½²-q oder minus Wurzel p½²-q stehen. Wir lösen nach x auf und erhalten die bekannte p½²-Formel zur Lösung einer quadratischen Gleichung. x¹² ist gleich minus p½ plus minus Wurzel p½²-q. Wir können auch die ganz allgemeine Form y gleich ax²-bx-c umformen und die quadratische Ergänzung nutzen und erhalten x¹² gleich minus b plus minus Wurzel b²-4ac durch 2a. Weil man sich an diese Gleichung zu jeder Tages- und Nachtzeit erinnern können sollte, heißt diese Gleichung auch Mitternachtsformel. Zwei weitere Möglichkeiten dieser ABC-Formel sind hier aufgelistet. Wir können die Nullstellen einer quadratischen Funktion aus der pµ-form ermitteln oder aus der Nullstellenform. Wenn wir ausmultiplizieren, erhalten wir x²-xx1 minus xx2 plus x1x2. Wir können x ausklammern und sehen dann, dass x1 plus x2 identisch ist mit minus p und x1 mal x2 identisch ist mit q. Das ist der Satz von Vieta. Mit Hilfe dieses Satzes kann man in einigen Fällen die Nullstellen einer quadratischen Funktion sehr schnell ermitteln. x²-7x minus 8 ist gleich 0. Nach Vieta ergeben die beiden Nullstellen addiert minus p und die beiden Nullstellen multipliziert q. Minus 1 ist eine Nullstelle dieser Funktion, die man sehr leicht durch probieren erkennen kann. Die andere Nullstelle können wir nach dem Satz von Vieta ausrechnen. Entweder sagen wir x1 mal x2 ist q, also ist die andere Nullstelle minus 8 durch minus 1. Oder wir sagen x1 plus x2 gleich minus p, also ist x2 gleich 7 minus minus 1 gleich 8. Wenn wir zwei Widerstände parallel schalten, dann addieren sich die Kehrwerte dieser Widerstände zum Kehrwert des Gesamtwiderstandes. Nach den Rechenregeln der Bruchrechnung können wir 1 durch R1 bis 1 durch R2 auf einen Bruch schreiben. R1 mal R2 ist der gemeinsame Nenner. Der Kehrwert dieses Bruchs ist der Gesamtwiderstand. Wir haben einen Gesamtwiderstand von 0,375 Ohm und der Widerstand R2 soll genau 1 Ohm größer sein als der Widerstand R1. Mit dieser Gleichung können wir jetzt den Gesamtwiderstand 0,375 als Funktion von R1 ausrechnen. Zunächst eliminieren wir den Bruchstrich, indem wir mit dem Nenner multiplizieren. Wir erhalten eine quadratische Gleichung. 0,75 mal R1 plus 0,375 gleich R1 Quadrat plus R1. Wir stellen diese Gleichung um und erhalten nach Multiplikation mit minus 1 die Normalform der quadratischen Gleichung. Die Nullstellen dieser Gleichung können wir mit Hilfe der pQ-Formel ermitteln. p ist 0,25, q ist minus 0,375. Wir setzen ein und erhalten mathematisch die beiden Lösungen minus 1,25 plus minus 0,625 Ohm. Die beiden Lösungen sind mathematisch also 0,5 Ohm und minus 0,85 Ohm. Negative Widerstände machen physikalisch keinen Sinn. R1 hat also 0,5 Ohm. R2 hat 1 Ohm mehr, also 1,5 Ohm. Wir bleiben bei der Elektrotechnik. Wenn wir zwei Widerstände in Reihe schalten, dann addieren sich die Widerstandswerte R1 plus R2 zum Gesamtwiderstand. Das gilt das Ohmsche Gesetz, U gleich R mal I. Wir legen 220 Volt an unsere Widerstandsschaltung an, messen einen Strom von 1 Ampere, haben also einen Gesamtwiderstand von 220 Ohm bei der Reihenschaltung. Wenn wir unsere beiden Widerstände parallel schalten und 220 Volt anlegen, fließt ein Strom von 4 Ampere. Das heißt, unsere Parallelschaltung hat einen Gesamtwiderstand von 55 Ohm. Für den Gesamtwiderstand einer Parallelschaltung von Widerständen gilt R1 mal R2 durch R2 plus R1. Bei Parallelschaltung ist der Gesamtwiderstand von 55 Ohm. Bei Reihenschaltung ist der Gesamtwiderstand von 220 Ohm. Wir können die 220 Ohm in den Nenner der ersten Gleichung einsetzen und erhalten dann für das Produkt R1 R2 12100 Ohm Quadrat. R2 ist 220 Ohm minus R1. Das heißt, das Produkt R1 mal R2 R1 mal 220 Ohm minus R1 ist 12100 Ohm Quadrat. Nach Umformung erhalten wir eine quadratische Gleichung. R1 Quadrat minus R1 mal 220 Ohm plus 12100 Ohm Quadrat ist gleich Null. P ist also minus 220 Ohm, Q ist 12100 Ohm Quadrat. Wir wenden die PQ-Formel an und errechnen für R1 entweder 100 Ohm oder 120 Ohm. R2 war 220 Ohm minus R1, also entweder 120 Ohm oder 100 Ohm. Das heißt, die Kombination, die wir als Lösung erhalten, ist immer 100 Ohm und 120 Ohm für die beiden Einzelwiderstände. Wir fassen zusammen. Es gibt drei elementare Formulierungen für eine quadratische Gleichung. Die Nullpunktsform, die Scheitelform und die Normalform. Die Nullstellen einer quadratischen Gleichung können wir mittels der PQ-Formel oder der ABC-Formel, auch Mitternachtsformel genannt, ausrechnen. Mittels des Satzes von Jeter können wir uns die Berechnung von Nullstellen in einigen Fällen erleichtern. Die Summe der Nullstellen ist minus P und das Produkt der Nullstellen ist Q. denn die BQ-Formel und die Summe der Nullstellen sind, Untertitelung des ZDF, 2020